Moin Leute, wir sind wieder im S-Corner hier und zwar haben wir ein kleines Match hier am Zockertisch und Maja und ich sind Schiedsrichter, wir gehen mal hin und gucken ob wir das auch ordentlich machen. Und Pauli, wie läuft's? Ja mega, ich fühl gerade. Ja geil, guck mal hier, wir fühlen. Du musst kommen, warte hin rein da. Wir haben einen Ruf zu verteidigen. Oh, jetzt? Weiter geht's. Ah, spinnst du? Da war mein Handy drin. Oh, schön aufs Handy. Sieht aber nicht mehr so original aus. Du hast doch mal ein Liederkonto. Ja und? Aber die Handy- und Laptop-Versicherung. Handy und Laptop-Versicherung? Ja stimmt. Oh Mensch, da muss man erst mal drauf kommen. Nicht nur Cashback und alles was es dazu gibt und die ganzen Partner. Handy und Laptop-Versicherung mit dabei. Ja, dann hau weiter hier denn. Scheiß aufs Handy. Ich finde, wir machen das gut, wir gehen wieder in die Bar. Also, Fresh Konto oder mein Lübecker Mehrwertkonto lohnt sich auf jeden Fall.